UNTERTITELUNG 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 Unsere Chancen stehen ziemlich gleich. Wirklich? Du sitzt gefesselt auf einem Stuhl und ich stehe hier mit einer Waffe in der Hand. Hallo? Ich wusste, dass ich dich finde. Woher hast du die Nummer? Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Er ist wie ein Vater für dich, oder? Hören Sie, Danny holt mich hier raus. Und wenn's so weit ist, dann war's das für Sie. Das ist Ihr schlimmster Albtraum. Er will uns erledigen, also müssen wir nur auf ihn warten. Der Kerl ist gut. Du, Angst nicht wie gut. Was machst du? Ich nehm mir meine Uhr. Du hättest dich raushalten sollen, es ist soweit. Heute ist Schluss. Ich bin ich! 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 Immerheben